Und jetzt kriegt ihr eure Wohnung umgebaut? Ja. Also wir kriegen erstmal den Wakon geändert. Vor allem nicht wie. Die Mauer vorne kommt weg, das ist klar. Dann kommt Dämmung vom Haus und überall. Ja, verputzt. Und wird dann putzt. Dann wird das Dach gemacht. Im Keller, die Decke wird auch Dämmung verputzt und alles. Und da das Schaltisch ist und wärmer ist. Und er spart dann 50% die E-Kosten, Heizung und so Sachen. Die Fenster kommen in eure Scheiben rein, dreifach. Wie in die Flugzeuge. Das ist ja so eine Schneise, eine Flugschneise. Ja, der Flug hat jetzt schon fünfmal ein Flugzeug hier vorbei. Da ist jetzt Stoppel vorgeladen, da kommen drei Rennen. Da zahlt der Flughafen. Aber nur die Scheiben, nicht die Rennen. Die machen die raus mit der neuen Rennen. Ja, nur alles, was die macht. Der Korn wird neu gefließen. Ja, kommen Hände fließen. Da wird dann eine halbe Meter größer. Aber wenn er wirklich so ein bisschen nur ist, ist ja nichts. Weißt du doch, ja, nicht. Warte, bis er fertig ist. Aber du willst doch noch gar nichts wissen. Die Genossenschaft wird das schon richtig machen. Ich hab's ja gerade richtig gesehen, ja. Hast du so gemacht das? Nee, ich hab's so gemacht. Ich hab's nicht so gemacht. Ach so, ich wollt grad sagen. Was ist das denn? Die Sirene wieder, ne? Die Sirene. Ach so. Ja, du bist ja jetzt schon mal im Urlaub einen Monat später. Nee. Ich hab immer da nicht Tee. Das ist nicht gut. Wie bist du noch nicht im Urlaub? Ich hab einen Monat später. Ich fliege allein. Ja. Ja, mehr wie zwei Tage wird das nicht dauern bei euch, ne? Was? Die Umbauarbeiten. Ja, meinst du? Da haben wir doch nichts von. Der Tag von oben fährt hoch. Wir haben doch jede Etage gemacht. Klopp, klopp, klopp. Da zieht jede Etage. Die haben sie noch kurz werden gemacht. Und dann hinterm Haus auch alles. Na ja, also schon. Da wird ein Dach gemacht, als sie im Jurist stehen. Die ganze Monate. Sechs Monate. Die machen auch Dach und alles. Da wird schon dauern. Die Dämpfer rüscht. Und die wird da drauf gemacht. Auf dem Putz. Und dann kommt der neue Putz drauf oder nicht. Ja, das dauert schon. Die schreien bis Weihnachten circa. Also, dieses Jahr kann man nicht einmal gucken.